Herzlich Willkommen, Willkommen zu einer weiteren Folge Dark Souls. So, jetzt stehen da unten drei Stück. Ich hoffe, dass wir nicht, dass alle auf einmal kommen. Wenn ich rollen muss, schnell durch und nehmen das Item. Hey, die macht mich echt schwer. Oh. Hat dich ja je gelohnt, ne? Amor schlägt man hier kriegt. Ich weiß auch nicht, was das ist, aber... Gelbes Kraut. Amor schlägt. Ich war leid eurer Waffe, rechte Hand. Ja. Weiß ich. Was weiß ich? Was weiß ich? Vielen Dank. Vielen Dank. Das war die Falle. Also hier geht es schon mal nicht weiter. Wir sind jetzt hier gerade auf der Suche. Ops. Sorry. Ich glaube, das ist der... Ach nee. Das vor dem Hinterhalt. Okay. Jut, jut, jut. So, blöd. Okay. Okay. Vielen Dank. So macht man das. So machen 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 das. So. So. Ja, der Stein war für den Arsch gewesen. Ja, hat sich gelohnt. Echt. Ja. 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 Okay. Die riechen die schon von Kilometern. Von Kilometern riechen die die schon und... Ah, da kommt gleich einer, pass auf. Weißt du? So. Schon wieder so eine alte Abwürdigung. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das war verschloten Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, so. Hm, ja, das war blöd. Aber schein, da haben wir die jetzt so aufge-ge-ge-dingen, wo man... ...dat da nur noch einer steht. Ist jammerwatt. Dann versuchen wir das noch einmal und dann tut's mir leid, dass wir nicht so viel geschafft haben heute, aber... ...wo ist auch egal. Wieso standen jetzt da weder zwei? Hä? Hä? Was, boll, was? Hä? Was? Boll, was? Für eine Scheiße? Hü? 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 sieben wird aber nur eine der anderes runtergefallen tut mir leid aber dass die folge so ein bisschen daneben ist aber das kommt auch schon mal bei den besten vor dann sage ich euch mal viel spaß mit dieser folge und bis demnächst mal wünscht euch euer joshi ciao mit